Willkommen zurück zum FM22 mit dem SC Endingen. Bevor wir heute die Episode mit dem Hammerspiel gegen Vullendorf beenden, gibt es zuerst mal zwei vermeintlich einfache Spiele. Starten tun wir gegen den SF-Elzach-Jach. Im Hinspiel haben wir... Wo ist denn das? 5-1 gewonnen. Also das sollte eigentlich... Ja, mach auf Offensiv, das passt. Das sollte eigentlich relativ einfach geschaukelt werden. Ich werde die zwei vorziehen. Und alles andere sollten wir... Eigentlich ganz gut schaukeln auch. Auf geht's. Schauen wir, was passiert. Wie gesagt, 5-1 beim letzten Mal. Bereits 6 Torchancen. Ich weiß nicht, irgendwie scheint es gegen diese Mannschaft zu laufen. Vielleicht sind die in der Defensive oder so nicht sonderlich pralle, aber... Ja, Franz... Ich weiß nicht, die Kopfbälle gehen größtenteils nicht rein bei dieser Mannschaft. Ich will auch nicht großartig auf Kopfbälle eigentlich setzen. Wir haben hier... Eigentlich flache Flanken. Ich weiß nicht, warum die die ganze Zeit hohe Flanken rein spielen. Okay, nächstes Highlight. Einwurf Dietrich Ernst. Der ging an die Latte. Und da konnte man noch ein bisschen Spielphysik bestaunen. So, Reinhard, Berner, Gardinger. Uncharakteristisch mit einem extrem schwachen Abschluss. Da waren schon 15 Schüsse aufs Tor. Da sind es keiner reingegangen. Jetzt gibt es eine Chance für den Gegner. Wahrscheinlich gibt es ein Tor. Das ist so lächerlich, ey. Ach. Es ist so lächerlich. Ach. Na, was will man tun? Und ihr habt unterirdische Spiele? Naja, eigentlich nicht. Zumindest ihr habt viele Torchancen erarbeitet, aber das reicht halt im Endeffekt nicht. Tja. Keine absolut katastrophalen Noten dabei. Ich denke mal, wir ziehen euch zurück und werden Knappmann bringen. Plus, wir werden das Tempo erhöhen. Und dann sollte es eigentlich mathematisch gesehen irgendwann mal einen Treffer geben. Wir können auch eigentlich, unsere Leute sind so fit, wir können auch sehr offensiv gehen. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Ich meine, es ist kein Superdrama, wenn wir das Spiel verlieren sollen. Ich meine, die Saison ist sowieso schon eigentlich gelaufen. Nichtsdestotrotz will ich natürlich, dass sich die Mannschaft von ihrer besten Seite zeigt. Gut. Ach, Gardinger, fast. Da war noch ein Gegner dran. Okay. Wurde nochmal abgelenkt. So, dann würde ich sagen, Ernst spielt zwar nicht schlecht. Bringen wir Kaya für Liesenfeld. Wir brauchen primär einfach frische Leute auf dem Feld. Letzten Wechsel. Ich denke mal, da bringen wir noch Gutier. So, und jetzt muss es aber klappen. Jetzt muss aber ein Tor resultieren hier, Freunde. XG von 2. Wir haben kein Tor gemacht. 24 Schüsse aufs Tor. Meine Fresse, was ist denn los? Die Jungs spielen eigentlich gut. Was für ein Ballverlust. Da hat er irgendwie eine hübsche Dame im Publikum gesehen oder sowas. Und war kurz einen Moment abgelenkt. Ja. Was für eine Katastrophe. Wow. Oh mein Gott. Das ist so eben passiert, mein Lieben. 5-1 oder 6-1 im Hinspiel weggeballert. Und dann verlieren wir 1-0 im Rückspiel. Obwohl wir eigentlich viel die bessere Mannschaft waren. Wow. Und ich kann die Leute nicht mal bestrafen, weil sie eigentlich gut gespielt haben. Nun gut. Dann geht es dann weiter. Weiter. Gegen FC Waldkirch. Waldkirch steht an. Ich weiß noch, dass ich die beim Hinspiel ziemlich unterschätzt habe. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen Rönauf kontrolliert wechseln. Alles andere, denke ich mal, bleibt so wie es ist. Boah, Dittmann hat er richtig gut trainiert. Vielleicht sollten wir den spielen lassen. Für Müller. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen... Naja. Oder auch nicht. Nee, komm. Dann lassen wir das so. Keine Experimente. Ich erwarte jetzt hier einen Sieg. Wir sind wieder die Underdogs. Ha. Interessant. Also, ich erwarte natürlich einen Sieg. Aber, ja. Ein Wurf Tarnath. Mal schauen, was bei rauskommt. Wie gesagt, diese Saison ist gelaufen grundsätzlich. Es ist nicht mehr super wichtig, wie wir spielen. Wir haben unser Saisonziel bereits erreicht. Nichtsdestotrotz, ich nutze das Ganze jetzt ein bisschen, Vorbereitung für die nächste Saison zu machen. Ich schaue, dass alle Spieler, die noch nicht so wirklich viel Spielpraxis haben, vielleicht noch ein bisschen was abkriegen. Wir haben noch einen neuen Keeper, den ich euch gleich zeigen will, bei uns zum Probetraining. Vielleicht ist der eine Verbesserung. Uh, Gardinger. Nice. Da trifft er wieder. Er war völlig abwesend im letzten Spiel. Und jetzt trifft er wieder. Läuft soweit ganz gut. Werner immer noch so der Fels im Zentrum. Muss dann auch mal gucken, ob es Verträge gibt, die wir noch verlängern müssen vor dem Saisonende. Ich glaube, der Jungspund hat unterschrieben und ich habe gecheckt. Das Transferfenster ist, zumindest in diesem Jahr, war es bis zum 1. September. Das heißt, wir sollten den für den Anfang der nächsten Saison noch unter Vertrag nehmen können. Äh, nicht unter Vertrag nehmen können, sondern für den Kader registrieren können. Och, Reinhardt, du sollst nicht schießen. Wobei, du hast auch schon ein Tor gemacht, glaube ich. Ja, steht 1 zu 0. Könnte 2 zu 0 stehen. Ich glaube, es gibt... Korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich falsch liege. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, einen Spieler anzuweisen, dass er die Abseitsfalle versuchen soll zu vermeiden. Also vermeiden soll, in den Abseits zu gehen. Es gibt bestimmt irgendeinen Stat, der dafür verantwortlich ist, aber... Uh, das ist nicht gut. Aber ich weiß nicht, welcher das ist. Steilpasst zu Gardinger. Und der haut ihn voll auf den Keeper drauf. Wow. Oder ging der über das Tor? Ich weiß es nicht. Teilweise schwierig zu sehen. Meine dreidimensionale Vision ist teilweise auch nicht die beste. Äh, was war das? Das war ja... Da hat er gedacht, ja gut, dann... Ich renne es dann nach innen. Da war die Kommunikation nicht richtig gut. Oh, 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 oh. Oh, das war Glück. Steht erst 1 zu 0. Ich bin nervös. Auch wenn das Spiel... Im Endeffekt... Keine Rolle spielt. Gelbe für Dietrich. Gelbe für Franz. Okay, das sind ein bisschen viele gelben. Franz wird aber sowieso gleich rausgenommen. Ne, warten wir noch ein bisschen. Zweite Halbzeit starten. Ja, wieder super viele Schüsse. Erst ein Tor. Wobei, naja. Was heißt erst? Also, ich denke, wir ziehen euch zurück. Franz geht raus. Knappmann kommt rein. Dann... Wen haben wir noch? Ich denke, wir geben Berna mal eine Pause. Ich hätte Berna gerne... richtig fit... Im Spiel... Im nächsten Spiel. Gegen Pfullingen oder so, wie ist die Mannschaft. Dietrich spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich denke, wir lassen mal... Machen wir zwei Auswechslungen... Im Mittelfeld. Wir sind jetzt nicht super im Zugzwang. So, dann bringe ich gerne Dietmann... Für... Müller. Und... Wir werden... Wer spielt schlechter? Der Dietrich spielt schlechter als Ernst. Das heißt, wir nehmen... Dietrich raus... Und bringen Kehl. Mal schauen, was das... Wird... Ecke. Okay. Wechsel kommen. Und das sind unsere Letzten. Okay. Gardinger. Wir sind wieder in der Offensive. Ballgewinn. Reinhard läuft da. Ernst? Was war das? Eckball. Okay. Ich dachte schon, da wurde irgendwie ein Elfmeter gepfiffen. Aber... Ich habe nichts gesehen von dem. Er hätte nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ja. Mal gucken, ob noch was passiert. Ansonsten bleibt es bei einem dürftigen Eins zu Null. Ich meine, ein Sieg ist ein Sieg im Endeffekt, aber... Trotzdem, wir müssen... Wir müssen mehr Chancen nutzen. Wir müssen mehr Chancen nutzen. Das ist... Das ist nicht genug. Bei so vielen Torchancen. Kehle hat verloren. Ne, oder einen Unentschieden gemacht. Ha. Nun denn. Pfullendorf ist nur zwei Punkte vor Denzlingen. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn wir gegen Pfullendorf verlieren und dann vielleicht gegen Denzlingen gewinnen. Weil ich möchte, dass Pfullendorf erster wird. Ich glaube, die sind einfach stärker als Denzlingen. So, wir haben hier diesen Mika Rutnik. Wir wissen noch nicht so viel über ihn. Ich werde noch warten mit ihm, mit der Verpflichtung von ihm. Aber ich denke, den könnten wir wahrscheinlich anstellen. Aber ich will erst sehen, dass er auch was taugt. Beziehungsweise besser ist, als der, den wir jetzt haben. Genau. Liesenfeld. Dem sollten wir einen Vertrag anbieten. Ja. Das ist alles nicht so wichtig. Stammspieler. Ab Ende der Saison. Will er nicht. Stammspieler jetzt. Uh, der wird, äh, der wird greedy. Also, das hier kannst du knicken. Jährliche Gehaltssteigerung. Gehaltssteigerung bei Aufstieg kannst du auch knicken. Probieren wir so. Mal schauen, ob er das annimmt. Okay, gut. Weil er ist, äh, definitiv einer unserer besseren Spieler. Dreieinhalb Sterne. Macht sich gut im Mittelfeld. Hält auch die meisten Spiele bis zum Ende durch. Von dem her, das ist gut. Ich will jetzt nochmal gucken, ob Ernst zufrieden ist mit seiner Einsatzzeit. Ist immer noch besorgt. Warum? Das verstehe ich nicht. Vereinbarte Einsatzzeit, Stammspieler. Tatsächliche Einsatzzeit, Stammspieler. Was ist los mit dem? Und der andere war Tarnat. Warum ist, ich meine, er hat mehr Einsatzzeiten als der andere. Und die tatsächliche Einsatzzeit ist Nachwuchsspieler. Das verstehe ich auch nicht. Also, falls da irgendjemand Licht ins Dunkle bringen kann, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gegen Pfullendorf. Eieiei, auf geht's. Pfullendorf. Ich denke, wir werden hier defensiv spielen. Und lassen sie erstmal ein bisschen anrennen und sehen, wohin uns das führt. Ich werde Ernst und Franz dann auch zurückziehen. Und, ja, Gardinger als Sturmspitze belassen wir natürlich. Der Rest ist soweit okay. Aber hier mittlerweile mehr Infos über den Torwart. Eins gegen eins ist schrecklich. Halten ist gut. Reflexe sind gut. Vergleichen wir mal mit... Wo ist er? Bünder. Also, Bünder, Blau. Rupnik. Schüsse abwehren ist Bünder ein bisschen besser. In der Luft. Extrasität, physische Stärke, Geschwindigkeit. Ich meine, er hat viel mehr Sterne. Aber er ist nicht so viel besser. Die Reflexe sind halt bei ihm richtig gut. Ich glaube, wir werden Rupnik einen Vertrag geben. Oh, ihr Trans... Ach so. Was hat denn der für einen Vertrag? Oh, er läuft bis 24. 20. Okay. Hat es abgelehnt. Muss ein Angebot vorliegen. Weißt du was? Wie wäre es mit... Wie wäre es mit Beteiligung an Weiterverkauf? 50 Prozent, weil wir werden ihn sowieso nicht verkaufen. So, schauen wir mal, ob sie das akzeptieren. Weil wir brauchen unbedingt einen besseren Keeper. Wobei, Bünder wird besser. Er verbessert sich. Er ist super zielstrebig. Es könnte sein, dass das dem noch was wird. Er ist... Er ist... Nicht so ein schlechter Keeper. Okay. Äh, jetzt aber. Auf geht's zum Spiel. Ich zögere es schon wieder raus, ne? Wir haben nichts zu verlieren. Komm, einfach drauf. Erfrischendes Defensivspiel diesmal von uns. Ich bin gespannt. Bisher noch keine Chance für Pfullingen, von dem her. Mal gucken. Franz. Wir können jetzt drüber entscheiden, unter Umständen, wer aufsteigt und wer bei uns bleibt. Wow. Abseits, oder? Ich dachte, er starnt knapp im Abseits. Aber... Scheint nicht der Fall zu sein. 1 zu 0 für uns. Erfrischendes Defensivspiel. Es scheint zu funktionieren für den Moment mal. Wow, die Gegner haben keine Chance gehabt bisher. Keine einzige. Wir haben neun Schüsse aufs Tor. Was... Was ist denn... Was ist denn da los? Ja, äh... Läuft. Ich... Ich hätte damit gerechnet, dass wir an der Wand gespielt werden. Aber bisher... Bisher läuft's. Ich meine... Wenn wir jetzt gewinnen, Kann es sein, dass Pfullingen nicht aufsteigt? Aber wenn wir jetzt gewinnen, heißt es auch, Pfullingen ist schlauer für uns in der nächsten Saison. Gardinger. Das war gar kein schlechter Abschluss. Kopfball ist halt immer noch so ein Ding, ne? Oh. Freistoß Reinhardt. Was war das? Ecke, ne? Ich bin mir immer unsicher, ob dann irgendwie ein Elfmeter gepfiffen wird, aber... War auch. Ja. Ähm... Auswechslung. Ich denke mal, wir nehmen Ernst vom Platz. Wir bringen... Dufaut. Reinhardt ist auch ein bisschen müde. Alle anderen bleiben für den Moment. Okay, ich denke mal, Franz werden wir dann auch noch auswechseln. Knappmann. Berner spielt natürlich durch. Gelbe Karte für Faller. Freistoß, Knappmann. Und Tor. Von Kaya. Ähm... Das ist nicht der, den ich erwarte, dass er ein Tor schießt. Aber hey. 2 zu 0. Oh. Moment mal. Gardinger hat alles gezeigt. Okay, nehmen wir ihn raus. Passt schon. Ist okay. Bringen wir Biedermann noch. Aber die Gegner haben keine Chance gehabt. Glück. Haben wir einfach die bessere Form gerade. Ist unsere Mannschaft besser geworden seit dem letzten Mal? 3 zu 0. Biedermann. Ich bin... gerade ein bisschen neben den Stühlen. Warum gewinnen wir dieses Spiel so eindeutig? Der Gegner hat keine Chance gehabt. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Ausgestreckte Arme. Super Ergebnis. Wow. Ich, äh... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Damit ist Denzling jetzt auf Platz 1. Wir haben noch ein Spiel gegen Denzling. Wenn wir da auch wieder gewinnen, könnte das das... Machtvakuum nochmal verschieben. Aber für den Moment... War das okay. Beide haben noch gleich viele Spiele. Das wird nochmal spannend, denke ich. Und wir spielen ja noch gegen Denzling. In der nächsten Episode dann. Benning bindet Scouting von Spang. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dankeschön. Eine super Verpflichtung für die Zukunft. Was? Der kann halt drei Positionen spielen. Das ist das Gute daran. Aber es ist jetzt nicht... Ich weiß nicht. Äh... Was ist eigentlich mit unserem Angebot gegen... Oder für... Für den Keeper? Für Routnik? Ja, das werden wir dann wohl in der nächsten Episode erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zudeln. Und hoffe, wir sehen uns. Dann schliessen wir diese Saison ab. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate. Ich binINK Dieser κά Kirsty. Sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht in der constitution.